An der Pazifikküste der USA ist Krabbensaison. Kurz vor Sonnenuntergang kommen die Fischerboote beladen mit Krustentieren zurück nach San Francisco. Fischer Ed Tavasiev hat mehr als 400 Kilo Taschenkrebse geladen. Er befürchtet, dass ihm die Pläne der kalifornischen Regierung für die Meeresschutzgebiete im Pazifik bald einen Strich durch die Rechnung machen. Irgendwann fragt man sich, lohnt es sich noch rauszufahren, um ein paar Fische zu fangen? In dutzenden Schutzgebieten vor der kalifornischen Küste soll die Fischerei zurückgefahren werden, in einigen ganz untersagt. Umweltschützer beklagen, dass diese Meeresflächen stark durch Überfischung, Bauprojekte, Umweltverschmutzung und Klimawandel gefährdet sind. 90 Prozent der großen Fische sind weltweit bereits verschwunden. Kalifornien will beim Meeresschutz mit gutem Beispiel vorangehen. Noch nie gab es so etwas wie das jetzt geplante Netz von Schutzzonen über 2000 Kilometer. Das ist das Einzigartige daran. Ich denke, das könnte Schule machen und zu sauberen Ozeanen führen. Im Meer gibt es keine Schilder oder Bojen, die die Schutzflächen begrenzen. Die Fischer sind auf die Veröffentlichungen der Regierung oder Satellitennavigation angewiesen. Der Fisch nicht. Nach einiger Zeit finden die Fische schon heraus, wo die Grenzen sind. Man kann sie dabei beobachten, wie sie innerhalb der Grenzen bleiben. Mindestens fünf Jahre wird es Meeresforschern zufolge dauern, bis die Fauna in den Schutzgebieten wieder aufblüht. Sie wollen die Populationen genau überwachen. Die Fischer werden dagegen nach neuen Fischgründen suchen müssen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017